Die Adresseumrechnung zwischen virtuellen und physikalischen Adressen ist technisch und mathematisch eine einfache Angelegenheit und sehr effizient für Computer umsetzbar. Seit 1950 hat sich dieses Konzept in nahezu allen Prozessoren und Betriebssystemen etabliert. Eine virtuelle Adresse besteht aus zwei Teilen, dem Seitenteil, auch Seitenadresse genannt, und dem Offset. Der Offset bleibt unverändert bei der Umrechnung von der virtuellen zur physikalischen Adresse und die Seitenadresse wird anhand einer Seitentabelle abgeändert. Das Ergebnis letztendlich ist dann die physikalische Adresse. In diesem einfachen Beispiel würde die Seitenadresse der virtuellen Seite 2 auf die physikalische Seite 8 abgebildet werden. Die physikalischen Speicheradressen sind das Gegenstück zu den virtuellen Adressen. Für den Zugriff auf den physikalischen Speicher muss die exakte RAM-Speicheranordnung bekannt sein. Das hat einen enormen Mehraufwand bei der Programmierung zur Folge. Diese Aufgabe des Abbildens des virtuellen Speichers auf den physikalischen Speicher übernimmt die Memory Management Unit, die ein Teil des CPUs ist. Wenn wir im Kontext der Adressierung näher über die jeweiligen Speicher sprechen, betrachten wir diese in einer Tabellenform, auch genannt Seitentabelle. Jeder Speicher wird in gleich große Abschnitte aufgeteilt, genannt Seiten. Diese Speicherkapazität einer Tabellenzeile wird als Seitengröße bezeichnet. In diesem Beispiel beträgt die Seitengröße 64. Diese ist meist angegeben oder kann aus der Seitentabelle gefolgert werden. Die Aufgabe hier ist das Übersetzen der virtuellen Adresse 150 Dezimal in die physikalische Adresse. Warum steht bei First Page Adress 0 mal 32? Das ist ein Hinweis darauf, dass die erste virtuelle Adresse bei 32 oder 2 hoch 6 liegt. Damit sind alle niedrigeren Stellen der Offset, deren Teil zur physikalischen Adresse direkt kopiert wird. Das Mapping zeigt die Verbindung zwischen den Seiten an. Als erstes wird die Seitennummer der virtuellen Adresse bestimmt. Dafür wird die Adresse durch die Seitengröße geteilt. 150 geteilt durch 64 ergibt 2,3... Und die Adresse 150 liegt somit auf Seite 2 im virtuellen Speicher, die auf Seite 3 des physikalischen Speichers abgebildet wird. Anschließend wird die Differenz der Seitenadresse addiert. In diesem Beispiel erhöht sich die Seitenadresse von 4 mal 32 zu 6 mal 32. Also beträgt die Differenz plus 2 mal 32. Alternativ könnte von 150 der Offset berechnet werden, indem ich von 150 erst 4 mal 32 abziehe und anschließend die neue Adresse 6 mal 32 wieder hinzuaddiere. Kostet jedoch Zeit, in der Klausursituation ist Zeit knapp, gerade in diesem Fach. Und das Ergebnis lautet letztendlich 214. Würde eine virtuelle Seite auf Seite 6 liegen, wäre die Differenz der Speicheradressen zur physikalischen Adresse auf Seite 1 minus 322. In einem weiteren Beispiel wird erneut die physikalische Adresse der virtuellen Adresse 11.052 ermittelt. Die Chance zum Pause drücken und selbst probieren ist jetzt vorbei. Wie gehabt, erst durch die Seitengröße teilen, um die Seitenzahl zu ermitteln, dann die Differenz feststellen und das Ganze verrechnen. Die Adresse befindet sich auf der virtuellen Seite 2 und wird auf Seite 5 abgebildet. Damit beträgt die Differenz plus 12 mal 1024. Und die physikalische Adresse ist im Resultat die 23.340. Das Ermitteln einer virtuellen Adresse aus der physikalischen Adresse ist dasselbe Spiel. Alternativ kann auch erst wieder der Offset berechnet werden. Das Zwischenergebnis könnte auch weggelassen werden. Es könnte eventuell Punkte auf Zwischenergebnisse geben, aber glaube ich gibt es für gewöhnlicherweise nicht. Das zählt nur das richtige Ergebnis und auf keinen Fall anfangen irgendwas in Binär oder Hexadezimal umzurechnen. Das ist nicht die Aufgabe hier. Hier noch ein letztes Übungsbeispiel. Umrechnen der virtuellen Adresse 54.862. Das Ergebnis wird angezeigt in 3, 2, 1. Und zuletzt noch ein Videotipp für ein Video genau zu diesem Thema.